Geheimnisse des Unbekannten. Die Parapsychologie. Ein Time-Life-Buch. Seit tausenden von Jahren fasziniert die Parapsychologie die Menschheit. Aufsehenerregende Fälle wie das mysteriöse Verschwinden Agathe Christis werden mit der Hilfe von Parapsychologen aufgeklärt. Dieses Buch handelt von Menschen, die über unerklärliche Fähigkeiten verfügen und zukünftige Ereignisse wie die Ermordung Kennedys oder die Explosion der Challenger detailliert voraussagen. Hier werden die spektakulärsten Fälle beschrieben und es wird erläutert, wie im Dienste der Polizei Verbrechen aufgeklärt werden, telepathische Fähigkeiten bei der Spionage zum Einsatz kommen oder Börsenbewegungen vorausgesagt werden.